hallo und herzlich willkommen zum weiteren part so dann wollen wir doch mal diesen raum hier die tür öffnen und hier reingehen was heißt denn hier captain trace ist also noch am amt er hielt seine krankheit geheim aber nun dreht er durch finde ihn schnell gegner gegner keine gegner wird dann hole ich mir mal das hier ein patch sehr schön sonst noch irgendwas hier toiletten und hier glückes moment habe ich gerade eben da ist das keramek krematorium achte etage so wo ist das menschdingen ich höre das teil doch okay hier ist jemand wie jedes wäre vor der tür gewesen vielleicht ist aber da unten gehen wir erstmal weiter nicht zu viel rum rätsel und gucken andocken docks du an fahren wir mal wo fahren wir denn hin bis da docken erst mal an so haben wir hier irgendwelche sachen irgendwo den mech vielleicht zu sehen ne der ist weiter unten komme ich das nicht hin gehen wir weiter ups ähm ähm äh hier könnte doch einer sein okay da wird die dinge werden trotzdem getroffen ne ist nicht gut getimed so wohin dahin und ist auch ein wagen da ist aber was drin hier kann ich ähm fehlfunktionen okay wir gehen erstmal direkt dieses fisch ah da ist ich vergesse immer wieder dass ich die mit links rechtsklick instant weghauen kann boah fehlfunktionen fehlfunktionen ah ja ja gut da ist ein wagen andocken der hat eine fehlfunktion ah ja und da war das schon der nächste so was ist mit dem kann ich den fahren wagen stein wagen angedockt okay den soll ich wohl nicht steuern äh hier irgendwas nö dann gehen wir mal hier lang ups und runter so was haben wir denn hier für eines ein teil der nächste wagen wird angedockt dann benutzt dürfen wir den wieder fahren juhu wir fahren mit reisenbahn so den dürfte ich theoretisch nicht andocken irgendwo nochmal nochmal ganz kurz und äh ja wohin äh hier wohl offensichtlich und noch weiter oh und noch weiter und jetzt nach links und nach links links zwei drei vier und runter und zack und hier müsste eigentlich dieses teil sein hä wo ist das nicht da ähm Stromaus okay so aber hä ah her damit haben will äh ja wie kriege wir hier da 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 kontrolltafel jetzt können wir hier einen andocken lassen und dann schätzungsweise müssen wir ich glaube dann müssen wir wieder darüber oder irgendwas keine ahnung schalten wir erstmal an und gucken mal wo wir hinkommen ähm bleiben wir hier mal stehen und woop kann ich hier noch ein bisschen nach da klettern ja gut ich hatte nämlich befürchtung wenn ich da gleich weggesprungen wäre dass ich da volle lade was ist hiermit kann ich nichts machen oder muss ich mit dem jetzt fahren wagen wagen angedockt hä oder muss ich jetzt hier wieder hoch offensichtlich muss ich wieder hoch identifizierung elektronen vorteil bestimmungsort ersatzteil äh ne na fräulein ah hier dann lang ähm oh und dann da ist der mit der fehlfunktion und da drüben war ich auch schon ah wagen starten war ich hier nicht eben auch schon mal andocken hä hä ja keine ahnung oder warte mal der ist vorher woanders dahin gefangen kann das sein dass hier diese schiene woanders lang ging hä oder ich weiß es nicht schauen wir uns hier mal kurz um und dann gehen wir mal da weiter und da liegt das nächste äh schöne teil für uns ich sehe es auf dem bild nicht aber das muss da hinter dieser putzkraft wohl irgendwo sein oder bei der putzkraft du machst alles gut weiter vorn ist ein aufzug zur ladengalerie im 103. stock geh durch sie hindurch zum hauptsicherheitsbruch posten trace wird dort sein es wird dort sein und hier wird dieses teil sein oder da ist es sehr schön und wieder ein focus boost einer fehlt noch für das nächste über den nächsten balken und ich glaube das war es dann auch was die focus boost angeht mehr gibt es dann dort mehr gibt es dann dort okay ich habe jetzt eigentlich gerade mit gegnern gerechnet ich habe gegner erwartet gerade ich habe gegner erwartet gerade offensichtlich nicht so wo ist dann der gute guter mit einer neuen kind und über fünf jahren mitgliedschaft steht jetzt eine geräumte nukleus suite zu danke dass ihr monopolis gewählt habt auch nie vergessen da ist ein fahrstuhl den brauchen wir hier warte mal ist dann etwas ähm ich meine da wäre was egal gehen wir erstmal hier lang und achso ich möchte gerne beide angreifen können machen ja 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 und ja ja Oh Ach man Oh schade Hätte den letzten auch gerne noch So mal Oh Ein Mech Gut Das wär's dann Hier scheinbar Da komm ich nicht durch Dann Kann ich hier aufmachen Und da aufmachen Machen wir das gleich mal So Hier Ich guck mich gerade mal um Ich will halt so viele Von den Dingern finden wie möglich Ich hab ja schon festgestellt Dass ich das eine oder andere Bereits übersehen hab Aber hier scheinen wohl Keiner von diesen Erinnerungsdingern rumzuliegen Oder doch Ist das da? Ne das ist keins So Ich dachte Ich dachte hier Wäre was Was ich aktivieren kann Scheinbar nicht Dann guck ich mich hier vorher Nochmal Kurz um Gut Komm hier Wird doch was sein Oder nicht Hä? Jetzt bin ich völlig verwirrt Ich könnte schwören Hier war irgendwo noch Eine Tür Eine zusätzliche Die ich damit aufmachen kann Hm Offensichtlich nicht Nur ein Fahrstuhl Den ich dann wohl Benutzen darf Eine Gesellschaft Die nur ihre Fehler Vergessen will Wird nicht überleben Das Werk Meiner Eltern Du bist nicht wie sie Schwester Und außerdem Deine wahre Familie Bin ja ich Stimmt's? Ja Wenn all das vorbei ist Müssen wir uns treffen Ja Wenn das alles vorbei ist Aber nun hält mich Nur noch die Verborgenheit Am Leben Verstehe Achtung Anwohner Stromschwankungen Auf einigen Etagen Unsere Ingenieure Sind über das Problem Informiert Wir wünschen Einen schönen Tag Grace ist wahrscheinlich Schon am Hauptsicherheitsposten Finde ihn Schnell Die werden ja überrannt Die werden ja überrannt Hier So Ich laufe erst mal Zurück Komm hier muss es doch noch Einige Mechs geben Hi Oh Zum Glück habe ich da ja Gar nicht drunter gestanden Teufel Habe ich gerade Schaden Habe ich gerade Schlag abbekommen What the fuck Hier scheint wohl Tatsächlich Einfach mal Sklaramek zu sein Und sonst nichts Okay hier ist nix Geht's wohl hier lang Oh weh Solche Kerle Da will ich ja Gar nicht Mit denen hier Oh So Naja gut Ich muss ja Ne Ich würde sagen Kann ich die eigentlich auch hier mit so nem Ach komm Ich Ich nehm Raserei Und Im Huchzug Ist er weg Den Machen wir nicht so Blatt Und Bam Achter Achter Kombo Ob der nochmal so ne Achter Aushält Tatsache Ne Das war's Das aber Warte mal Ganz kurz Und Raserei Und Ich will ihn weg Haben Oh nö Oh nö Und da könnte ich es eigentlich schon wieder in der Raserei machen Mach ich auch Ach komm Ach komm Ich habe das Gesicht verlor'n Ich habe das Gesicht verlor'n Ach, Mist. Das ist immer dumm, wenn man dann da rüberspringt und dann kommt da so ein Angriff, den man dann doch nicht mehr ausweichen kann. Oh, was haben wir denn da? Da kommt ja noch so einer. Oh, was haben wir denn da? Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? So, du dürftest der letzte sein. Oh, schade. Die letzten Schlag konnte ich nicht mehr machen. Puh, so. Haha, drücklittern. Fehlanzeige. Hey, hier sind zerbrochene Scheiben. Irgendein Teil da drin? Ein Heck zum Beispiel? Nein? Schade. So. Aber hier irgendwo muss es doch ein... Irgendwo muss es doch hier weitergehen. Nehmen wir mal einfach den Weg vor. Eine Gesundheitsstation. Von Charles-Cathie-Wells. Tausche dein Gedächtnis eine ganze Woche lang mit deinem Nachbarn und gewinne dir die höchsten Preis. Das Gedächtnis mit dem Nachbarn tauschen. Oh, je, je, je. So etwas könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee. Wirklich nicht. Aber wir sind schon bei 44. Das heißt, elf Stück für ihn noch. Das heißt, das könnte eigentlich nicht mehr so arg lange gehen. Und der Kollege hier ist immer noch am fünschen. Ich bin Trace. Das ist die Spur, die dir vorangeht. Kein Dropship hilft dir diesmal, Captain. Hast du dir zu arg beim Joker abgeguckt oder was ist mit dir falsch? Das war doch gerade die perfekte Joker-Lache, oder? Ah! Okay. Alter, wieso? Also, das wüsste ich jetzt schon echt gern. Warum ist Fräulein gerade hier trotz meiner Eingabe so blöd gelaufen? Was ist denn so geradeaus? Ähm. Wird? Ah, da ist noch ein Raum. Und hier hat es ein Set-Patch. Oh, 4 von 5. Holla, die Fee. Noch irgendwas? Okay, laufen wir dem mal hinterher. Und ab hier rein. Und da schwebt er schon wieder in der Richtung. So, was haben wir denn hier? Stopp! Lass mich in Ruhe! Das ist kein Palast für Privilegier. Den Kollegen. Menopolis ist die Vision von Charles Cartier-Weltz. Der erste mutige Schreck. Was? Breit genug zwar, aber man kann doch nicht durchgehen. Ach, da vorne ist er schon wieder. Tim, 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 Tim. Ähm. Okay. Laufen wir mal hinterher. Gehen wir mal hier hin. Meine Güte! Kann man zu dieser Bar nicht... Ähm. Offensichtlich soll man nicht zu dieser Bar gelangen können. Demnach scheint da wohl auch nichts zu sein. Es ist sicher auch nichts, von daher. So, jetzt erst mal... Hm. Äh. Geh... Flieg weiter, du Mist. Fies. So. Hier lang. Hier muss es doch was haben. Ah, ja. Memorize und der Sensen. Tim. Okay, Sensen 6, die Antwort auf die Gesetzesjäger-Verbrecher. Schauen wir es uns mal kurz an. Und dann haben wir hier auf jeden Fall mal alle, ne? Ich bin mal gespannt. Technologie fehlen drei. Bei der Geschichte fehlt noch eines. Da hätten wir sie auch alle. Das können... Ich glaube, die... Das kann ich auf jeden Fall auch noch finden. Und hier haben wir es auf jeden Fall schon mal alle, ne? Und hier fehlt noch eins. Das dürfte ich auch noch finden können. Gut. Erst mal weiter. Oh. Oh nein. Der Schlüssel ist verfügbar. Mal gucken, ob wir irgendwas kaufen können, was uns Spaß macht. Nö. Können wir nicht. Gut, wir könnten das da kaufen. Einfach so, weil Baum. Weil wir es können. Einfach irgendeins kaufen, weil wir es können. Ich weiß nicht. Ich kaufe jetzt einfach eins, weil wir es können. Und ich will halt auf jeden Fall das hier haben, um diese ähm... Kombo da fertig zu machen. Ich will die jetzt hier so lassen. beziehungsweise nur noch ändern, wenn es nötig ist. Und hier scheint es irgendwie auch gar nicht weiter zu gehen. Warum bin ich jetzt in diesen Raum rein? Wo geht es dann weiter? Bei dem? Ah ne, hier ist es... Okay. Da ist plötzlich... Da ist jetzt plötzlich schon... Dings zum... Öffnen da. Ah. Nice. Oh. Ne. Ähm. Ach, Mann. Immer wieder auf den falschen anvisieren, ne? Ah. 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 Mmm. Manchmal verstehe ich nicht, warum die Kombos abgebrochen werden. Das leuchtet mir nicht ein. So, mal ein bisschen mehr in die Mitte des Raums gehen. Da kommen noch mal neue. Ah, okay. Ein Roste in Frieden wäre es nicht schlecht. Roste in Frieden? Bitteschön. Einfach mal kurz den hier machen. Und dann wieder den. Ah, was haben wir denn noch? Wie wäre es mit so einem? Die ganze Sache. Nicht so. In die Länge ziehen hier. Ach. Ach. Ach nee. Das war ja... Das war doch kein... Ich denke, da wäre irgendwie noch was. Also, das sind ja die miesesten Misset-Taten, die die Jungs hier machen können. Ich will den hier haben. Ich will den hier haben. Ach. Okay. Fertig. Fertig. Auch gut. Gut. So, hier sind Löscher. Irgendwelche Mechs vielleicht da versteckelt. Nein? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal auf und gehen weiter. Tam, tam, tam. Wobei... Freude und Anwohner, hier spricht Charles Cartier-Wells an alle Diggis-Hürmer einbringen. Denn ihr befindet sich hier in unserer Oase von Nemopolis. Bleibt standhaft und ruhig. Gemeinsam besiegen wir die Angst und lösen jedes Problem. Auch nie vergessen. Lang lebe La Commune. An den komme ich nicht ran, ne? Oder vielleicht noch nicht? Wobei, ich würde mal sagen, eigentlich könnte mal... Nicht hier lang gehen. Sondern erst mal... Freude und Anwohner. Ja, genau. Blöde Tür. So, erst mal... ...drauf achten, wo der da... ...lebe La Commune. So, dann dürfte ich eigentlich hier vorbeilaufen können. Wunder... Hübsch, superprächtig. Achso, da kann ich nicht einfach drüber steigen. Nö, warum auch? Äh... ...freunde und Anwohner. Checkpoint, cool. Dann würde ich ja mal quasi sagen, den da vorne lösen wir jetzt nicht noch aus, sondern wir machen es hier in Poison und dann geht es im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.